Hallo zusammen und willkommen auf diesem Kurs über Intellektuelle Selbstverteidigung auf dem YouTube-Kanal Warum Skeptisch sein. So, heute ist eine spezielle Video, weil wir haben fast alle die Werkzeuge gesehen und jetzt werden wir diese Werkzeuge benutzen in einer speziellen Fallstudie, in welchem wir dann einen Artikel analysieren, zusammen. Und die Frage ist, wie analysiert man einen Artikel erst? So, um einen Artikel, das wir kriegen von einer Zeitung, von Facebook, von Twitter, von jeder Website, um diesen Artikel zu analysieren, wir müssen die 6W-Methode benutzen. So, wer, was, wie, wo, wann, warum. So, das heißt, wer hat diesen Artikel geschrieben? Ist das ein Individuum? So müssen wir wissen, dass die Individuen haben kognitive Verzerrungen, haben wir schon gesehen, wir haben die Pareidolie gesehen, aber es gibt sehr, sehr viele kognitive Verzerrungen, werden wir in anderen Videos sehen. Und die Individuen können auch Interessegebiete haben. Und wenn es ist eine Labor oder eine Firma, es gibt, es könnte auch sein, dass es gibt Interessegebiete, wegen Geld oder so. Was, so was, ja, das Betreff des Artikels, es könnte auch sein, es gibt ein Interessegebiete. Gewöhnliche oder außergewöhnliche Informationen. Hier, Sie können das Video von Maxim von Hume sehen. Wenn es ist eine außergewöhnliche Information, in diesem Fall, ich werde erwarten eine sehr gute Beweise. Gibt es ein zugehöriges Bild? So, das heißt, in diesem Fall werde ich das Bild analysieren. Wie? So, die Art der Verantwortung des Artikels. Wenn ich kriege diese Info von auf Twitter von der Meinung von jemandem. Wo und wann? Können wir wo und wann wissen? Und sind was wo und wann konsistent? Und warum? Interesse des Artikels für den Autor. Und auch hier könnte sein, es gibt ein Interessegebiet. Und am Ende würde ich sagen, gibt es Quellen. Das ist auch sehr wichtig. Weil, wenn es gibt Quellen, nochmal können wir eine Quelle Analyse machen. 6W, Gewichtung von Beweis, Analyse, Argument, so weiter. Und wenn es gibt keine Quelle, das ist eine fragwürdige Information. So, es ist besser in diesem Fall zu sagen, ich weiß jetzt nicht über diese Information, wenn ich habe keine zusätzliche Info oder keine Quellen. So, unabhängig von der Position, die zu den Informationen eingenommen wird, ist es wichtig, sich die Möglichkeit einer angepassten Meinung aufgrund von neuen Informationen offen zu halten. So, das habe ich schon geredet in dem Video von der Wahrscheinlichkeitsregler. Und ja, es ist nur über diese Flexibilität. Wir müssen flexibel sein mit die Wahrscheinlichkeitsregler. Wenn wir aber eine Position über einen Artikel, wir denken, dieser Artikel ist wahrscheinlich wahr, zum Beispiel. Wir müssen flexibel sein, zum Beispiel, wenn später wir kriegen eine neue Information, wir müssen sagen, vielleicht das war nicht so wahr. Oder, oh ja, das ist ein Ja, denn jetzt ist, was ich habe gedacht früher, ist korrekt. Das war es wahrscheinlich wahr. Okay, jetzt machen wir ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Hier gibt es ein Artikel. Dieser Artikel war von Twitter. Eine Frau hier hat das gepostet auf Twitter und sie hat das geschrieben. So, ich mache hier eine Übersetzung. Familienkasse in Rosnissoubois. Das Tragen einer Burka sollte gesetzlich verboten werden. Okay, haben wir diese Information. Jetzt reden wir nicht mehr. Weiter mit die 6W. Wer zu wer, das ist diese Frau. Und wir wissen, sie ist eine Mitglied der FN-Partei in Frankreich. So, FN-Partei, das ist diese Extremrechte-Partei von Marine Le Pen, wenn Sie können diese Frau. Was? Eine Bild von verschleiten Frauen, die vor der Familienkasse darauf warten, Geld zu kriegen. Okay. Wie? Twitter. Wo? Frankreich. Das ist geschrieben, Rosnissoubois. Das ist in Frankreich. Wann? Dezember 2014. Das ist hier geschrieben. Und warum? Die FN-Partei kämpft gegen Immigration. So, sie sagt, ja, diese Frau sagt, ja, ich bin nicht froh. Gucken Sie mal, diese Leute, sie kriegen Geld und sie machen viele Kinder und so weiter. Das ist nicht normal. Und dann gibt es Quellen. Nein, es gibt gar keine Quellen. Es gibt nur was Sie können jetzt sehen. Diese Bilder und dieser Text. Und ja, es gibt ein Bild. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, wir können eine Bildanalyse machen. Es gibt ein Werkzeug, der ist sehr nützlich auf Google. Man kann diese Bildersuche benutzen. So, das heißt, wir geben Google ein Bild und er gibt uns zurück. Jede Website ist verbunden mit diesem Bild. So, wenn Sie wollen nicht Google benutzen, Sie können TinyEye auch benutzen. Und ja, habe ich das gemacht. So, ich habe das Bild gegeben. Und der Google hat mir zurückgegeben, sehr viele Bilder mit sehr viel Website. So, ja, hier finden wir gleiche Bilder. Hier gleiche Bilder. Aber hier, hier gibt es eine Bilde da. Diese Bilder. Es scheint, es ist nicht genau die gleiche Bilde. Es scheint etwas fällt. Aber gucken wir zusammen diese Bilder. So, das ist an der Website LeMonde.fr. Und hier können wir jetzt die unterschiedliche Sachen sehen. Erst diese Zeichnung, diese Zeichnung, die war da, die ist nicht mehr da. Und das ist die Familienkasse Zeichnung. So, er war nicht da. Und jetzt können wir etwas andere da oben sehen. Das jetzt, es gibt nicht mehr diese Zeichnung. So, können wir etwas lesen? Ich würde sagen, es ist Polystation. Aber ja, ich bin nicht, es ist schwer zu sagen, natürlich. Die Qualität ist schlecht. Aber das ist eine Vermutung. Polystation, warum nicht? Auf jeden Fall. Lisa, ja, Lisa scheint korrekt. Und da etwas. Okay, gehen wir weiter. Was gibt es noch? Oh ja, hier. Hier, es gibt eine Zeichnung. Eigentlich, diese Bilde war nicht so groß. Sie war kleiner am Anfang. Und die war hier geschnitten. Irgendwo hier. Und darum habe ich nicht diese Zeichnung gesehen. Aber ja, vielleicht können sie diese Zeichnung. Die Leute, die sind schon in London gegangen, können diese Zeichnung. Das ist der Underground von London. Okay, nun gehen wir weiter. Hier auch. Ja, das. Grüne Blätter. Dieser Baum hat grüne Blätter. Aber es war im Dezember. Es war geschrieben. Okay, so. Haben wir momentan genug Informationen. Gehen wir zurück auf unsere 6W-Analyse. So, das haben wir gesagt. Jetzt nehmen wir jeden Punkt. Stück pro Stück. So, wer? Eine Frau. Mitglied der Anfangpartei in Frankreich. So, ja. Klar, es ist klar. Es gibt ein Interessegebiet. Dann was? Ein Bild von Verschleitere Frauen. Okay, um Geld zu kriegen. Familienkasse. Wir haben gesehen. Nein, das ist kein Familienkasse. Dann Twitter. Wenn wir benutzen das Werkzeug von Gewichtung von Beweisen. Entweder das Twitter. Ja, das ist nicht eine gute Beweise. Frankreich. Nein, das ist in London. So, in UK. Dezember 2014. Wahrscheinlich nicht. Wegen die grünen Blätter. Und warum? FN-Partei kämpft gegen Immigration. Es gibt auch ein Interessegebiet. Und gibt es Quelle? Nein, es gibt keine Quelle. So, das ist eine fragewürdige Information. Okay. So, jetzt. Ich habe alle diese Informationen. Ich habe alle diese Analyse gemacht. Nehme ich meine Wahrscheinlichkeitsregler. Und gucke ich jeden Punkt. So, ich habe falsche Informationen gekriegt. Wo, wann, was. Falsch. Foto war gefälscht. Es gibt Interessegebiet. Es gibt auch keine Quelle. Und niedrig die Gewichtung von Beweisen mit Twitter. So, am Ende. Was ich mache. Und das ist jetzt meine Analyse. Meine eigene Analyse. Ich nehme den Kursor von Wahrscheinlichkeitsregler. Und ich denke, die Information, die wir haben gekriegt auf diesen Artikel, ist sehr wahrscheinlich falsch. Okay. So, ja. sinnvolle Frage zu meiner Artikel stellen. Das ist gut, die 6W-Analyse zu machen. Um gute Frage zu stellen und gute Antwort zu oder korrekte Antwort zu kriegen. Und Frage sollten bei der Bewertung des Artikels helfen. So, wir stellen Frage, um eine bessere Verständnis von dem Artikel zu kriegen. Okay. So, vielen Dank, dass Sie haben diese Video angeschaut. So, das war die letzte Werkzeug von diesem Kurs, dieser Hauptkurs. So, jetzt wird noch eine letzte kurze Video sein. Nur als Zusammenfassung von jedem Werkzeug. So, Sie können direkt auf diese Video gehen, wenn Sie wollen eine Zusammenfassung. Und danach, später werde ich auf die Fallstudie gehen. So, wir werden reden über sehr viele Themen wie Homöopathie, wie UFO, so Aliengeschichte, so Astrologie und unsere Gehirne, wie es funktioniert, wie kann man unser Gehirn manipulieren, trügerisches Argument und so weiter. Sehr, sehr viele Themen zu sehen. Aber jetzt haben Sie, wenn Sie haben jede Video von diesem Kanal gesehen, haben Sie die Werkzeuge und genug Werkzeuge, um weiter zu gehen und um Informationen und Fake News zu analysieren. So, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Tag und bleiben Sie skeptisch. Bye, bye.